na das sieht ja super aus und damit herzlich willkommen zurück zu magnetic oder sollte ich sagen elektrik ja dann rüber so da ist unser schalterchen da ist noch ein schalterchen und da ist unser okay das hat jetzt funktioniert kann der feuer ab der kollege für fitness gar nicht rauskommt bleibt aber nein kommt zurück schade jetzt maul nicht rum das sei jetzt schlimmer aus als es dann doch war so lass mich rein mein handy aufgeblickt ich musste auf mein handy gucken so chamber 314 ist aber nicht geordnet hier hier das habe ich doch gesehen holen hier 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 bleiben soo sehr gut zurück altmodisch 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 immerhin versuche ich hier nicht kleine leute umzubringen was für sadistische menschen seid ihr eigentlich soo also bisher komme ich noch ganz gut durch finde ich also ich bin eigentlich ganz zufrieden ich habe auch keine ahnung mehr in welcher wievielten kammer wir hier sind vielleicht hat jemand von euch mitgezählt ich allerdings nicht so hier ist ein knöppchen der verarscht mich doch gerade dieser dieser Na komm. Lenk. Alle guten Dinge sind drei. Jawohl, ja. So. Das wär's dann auch schon. Wieder eine Kammer geschafft. Ah, wir kommen hier wirklich zügig vorwärts. Sag mal, gibt's da nicht Achievements? Warum hab ich hier noch nichts bekommen? Das ist ja komisch. Naja, komm, durch hier. So, guten Tag zusammen. Da bin ich woran er gefallen. Äh, wo ist denn mein kleiner Kollege? Ach da. Zurück. Na komm. Was sind die los? So, da drüben kannst du jetzt mal bleiben. Denn wir müssen eh rüber. Und, hoppa. Ja. Ach, da oben sind Magneten. Wo ist das denn? Warum fliegt der hier die ganze Zeit so komisch? Ach, jetzt müssen wir hier so ein bisschen... Ah! 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 Geh doch! Und jetzt? Ist da hoffentlich das Gitter hoch. Hoffe ich zumindest. Nein. Hä? Ich was übersehen? Äh... Das Gitter, glaube ich, geht gar nicht hoch, oder? Da oben ist auch noch... Kommen wir zurück. Ah! Okay, jetzt wird's kompliziert. Komm mal her, Freund. Schaffst du das? Ne, schaffst du nicht. Ich brauche dich mal da oben. Ja, bleib da. Bleib da. Brav. Komm rüber. So, aber jetzt fehlt ja eigentlich mir drüben die Box. Um das Ding drüben auch dauerhaft zu aktivieren. Weil ich hab ja hier nur eine. Kann er mehr drinnen. Mal gucken wir mal. Achso. Das ist ein sympathisches. Na, dann ist ja alles okay. Ich dachte schon, das ging auch wieder runter, ganz normal. Aber dann... Haben wir das doch gelöst. Das ist doch was Schönes. Oh, komm zurück. Danke. Und einmal wieder rüber, bitte. Heppa. Sehr schön. Ist hier noch was besonderes. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber das werden wir im nächsten Part rausfinden. Also morgen dementsprechend um 15 Uhr. Insofern sich da nichts groß ändert. Erstmal danke, dass ihr so lange zugesehen habt. Und ich hoffe, euch gefällt das Projekt bisher. Und wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben. Das macht mich glücklich. Supportet diesen kleinen Kanal. Und motiviert mich auch immer weiter, weiter, weiter zu machen. Vielen Dank an alle. Ich bin weiterhin gespannt, wann ich richtig festhängen werde. Das, glaube ich, dauert nicht mehr so lang. Es deutet sich ja schon der ein oder andere Hänger drin an. Gut. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao. Ciao. Ciao.